willkommen zurück zu let's play together warframe mit dem schnurrer lp und fuber lp hallo 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 nach der letzten void mission werden wir jetzt mal wieder ein bisschen was einfachere spielen damit er nicht genau ich will es weh mal ja weil du nicht geschafft hast den hintern auf den boden zu setzen der ist auch schwer zu sehen besser mich da die so ein krüppel ich bin wieder vor gewandt und jetzt kommst du hinterher da der säufer verstehe die frage nicht was habe ich eine waldorfschule besuch was ist eine schule oh jetzt wirklich ja 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 hallo halben 70 Bang an kiste zwischen in Twitch riecheln würde man eine lampe das war jetzt der feind aber war das gebiet nicht vor noch rot eben und dann wurde man hier ja und das war ein geschenkpapier gepackt er kenne ich doch schon woher haben wir doch habe ich das schon mal erzählt ja ich verstecke mich im raum ich habe hier die extra auf meinem channel ist er kaputt wieso nicht das war das viel nicht das exkogiert ich mache schon wieder aus ich hab schon noch trotzdem russi ab schon wieder zu viel Alkohol für dich ne ja bypass complete Oh Ballin la la Ballin la la Oh, mit Gesicht, cool. Was mit Gesicht? Mit Gesicht. Habe ich da irgendwo was verpasst? An Loot. Na, alles. Du bist echt eine große Hilfe. Ja. Ich suche meinen anderen mit denen ich spielen kann. Ja. Bin wir sicher heute. Gib dir das echt mit Sicherheit. Hab ihn. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Oh, jetzt noch mal Geschenkpapier was du wieder liegen lassen hast. Ja. einfach so wie wissen das ist so komisch vorliegen sind das war noch so viele gegner mann hier so schlecht ist schon dunkel hast du nicht schon deine ulti eigentlich was habe ich deine ulti hast du vierte fähigkeiten warum machst du das nicht machen ich weiß nicht was das ist dann nimmst du hier die dichter und machst die ganzen gegner kaputt richtig heftig passiert irgendwie nicht das war jetzt nicht so beeindruckend ja das ist vielleicht noch zu schwach ach die weg die so komische drohne rennt er weg er rennt hier so weg was die drohne sind was so um ihn dreht da kann ich habe weiter rumgeballert wird sich immer in den Schein hinten ist noch einer er hat sich versteckt nö das wäre sogar ich meine noch einen wo kommen die denn her ach ich soll 5 im rutschen töten ja doch mach mal ja ja das ist wieder alarm ausgelöst oder der ist doch schon die ganze zeit an dann brauchst du das sehr wohl was das wie soll ich ein alarmlos würden das machen die gegner soll ich fahr schon mal hoch ja du bist ein mega kind ja diese richtung viele nämlich energie verloren ja abzug so geschenke wo sind sie hey noch nicht kaputt wo ist sie hin einen brauche ich noch im rutschen wo ist er hin wo ist er wo ist er der ist er da unten drin oder wo ist er wo ist er da unten drin oder ist er da unten drin oder wo ist er wo ist er wo ist er hä Ich überreite mal nicht geschafft ja diese mein wächter ich denke den wächter kann ich schießen junge warum die so schnell umfallen wegen deinem geruch da hinten in dem raum hier ist noch gut affinität und sowas als sie hatte ich nur übersehen wo willst du ach du bist wieder rausgeflogen alles ja das schön du bist ja ein drecksackel so ein richtiger drecksackel die drecksackel ist die drecksackel ist nur nun tut mir gut und machten wir eine dritte fähigkeit in der wand gefangen jetzt nicht mehr another job well executed jo bitte schöne folge spitze bedanke mich tschüss